Ö1 Podcast Science Arena Kontroversen der Wissenschaft Stammzellforschung Was kann man? Was darf man? Man kann nach außen sagen, man hat es verboten, diese unanständige Art der Forschung. Zugleich sind ja nicht alle davon überzeugt, dass diese Art der Forschung unanständig ist. Also lässt man sie dann doch wieder zu. Aber die Gretchenfrage ist, wo kommen die Embryonen her? Und da sagt man, naja, wenn andere Staaten das erlauben, bitte, dann kann man sie nach Österreich auch holen. Eine Debatte zwischen Markus Hengstschläger und Karl Stöger. Wir können jetzt aus pluripotenten Stammzellen im Labor kleine Embryonen herstellen. Man muss immer dazu sagen, wenn wir Embryoid sagen, dann kann daraus kein Mensch werden. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Die Modelle, die wir im Labor haben, die können sich nicht weiterentwickeln zu einem menschlichen Leben, zu einem Menschen. Aber sie simulieren, wenn ich das so sagen darf, diese ersten Tage von 0 bis zum vielleicht Tag 10, 12, je nachdem, welche Modelle man da verwendet, kann man das wunderbar im Labor aus pluripotenten Stammzellen herstellen. Moderation der Diskussion und Gestaltung der Sendung Martin Heidinger. Stammzell-Forschung polarisiert, vor allem ethisch und emotional. Wer wüsste das besser als Markus Hengstschläger, der Vorstand des Instituts für medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien. Soll man alles dürfen, was man technisch kann? Der Medizinrechtler Karl Stöger, Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht am Wiener Juridikum, weist auf die eigenartige gesetzliche Situation dieser Forschung in Österreich hin. Im Wiener Ringturm diskutierten die beiden Fachleute darüber vor einem interessierten Publikum. Runde 1 über österreichische Besonderheiten Österreich ist in der Stammzell-Forschung durchaus eine Größe, meint Markus Hengstschläger. Wir haben in Österreich die österreichische Gesellschaft für Stammzell-Forschung, wo ich gerade aber periodisch jetzt gerade auch der Präsident bin. Und wir haben gerade vor kurzem eine Veranstaltung, einen Kongress gehabt hier in Wien und haben gesehen, dass bei vielen Themen, wenn es um Stammzellen geht in Österreich, gerade auch in der Grundlagenforschung, wirklich Forschung auf höchstem Niveau betrieben wird. An verschiedensten Stellen in Wien, aber auch an anderen Universitäten oder außeruniversitären Forschungsinstitutionen. Und man kann zuerst einmal die Frage stellen, wo würde man denn Stammzellen gerne sehen, wo würde man sie denn gerne einsetzen? Und da habe ich jetzt eben schon ein Stichwort gesagt, Grundlagenforschung. Dann gibt es aber noch dazu auch die Anwendung in der Medizin von Stammzellen für therapeutische Zwecke. Und bei beidem, muss man sagen, tut sich sehr viel. Man muss aber ein bisschen differenzieren, über welche Stammzellen man spricht und welche Stammzellen man sozusagen wo einsetzt. Also man kann Stammzellen nach ganz vielen Kategorien unterteilen. Aber ich würde mal vielleicht so anfangen zu sagen, es gibt grob gesagt drei große Typen. Das sind adulte Stammzellen, dann gibt es fetale Stammzellen und sogenannte embryonale Stammzellen. Bei den Embryonalen angefangen, die gewinnt man durch, wie man das auch begrifflich so zusammenfasst, verbrauchende Embryonenforschung. Das sind meist Embryonen, die bei der künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind und dann für Forschungszwecke freigegeben worden sind. Ich sage es gleich dazu, wird der Karl Stöger dann viel mehr dazu sagen, das ist in Österreich, also das Verbrauchen von Embryonen, um embryonale Stammzellen zu gewinnen, ist in Österreich verboten. Zu dieser Gruppe gibt es eine zweite Gruppe pluripotenter Stammzellen. Die embryonalen Stammzellen sind auch pluripotent, die können noch in viele verschiedene Zellen sich entwickeln. Und da gibt es eine zweite Gruppe, dafür gab es auch schon den Nobelpreis an Professor Yamanaka. Das sind diejenigen, die man aus Zellen wie Haut oder so herstellen kann, indem man sie reprogrammiert. Und die nennt man induzierte pluripotente Stammzellen, da braucht man keine Embryonen dafür, verforschen, verbrauchen. Und die können aber ähnlich viel wie embryonale Stammzellen, also sich in viele verschiedene Typen entwickeln. Zweite Gruppe, fetale Stammzellen. Da kennt man ganz gut, glaube ich, auch in Österreich die Nabelschnur-Stammzellen. Da gibt es verschiedene, die alle sozusagen noch fetalen Ursprungs sind. Wir selbst haben hier in Wien im Jahr 2003 Stammzellen im Fruchtwasser entdeckt. Also das ist die Lösung, die das Kind umgibt während der Schwangerschaft. Und diese Stammzellen im Fruchtwasser, wir haben uns viele Jahre in Forschung gefragt, wofür die gut sind. Heute weiß man, oder es ist eine These, weil es, muss man so sagen, gibt es auch andere, aber es gibt gut verdichtende Hinweise darauf, dass diese Stammzellen gar nicht fürs Kind sind, sondern der Fetus schickt diese Stammzellen ins Fruchtwasser. Die wandern dann aus in den Körper der Mutter, sodass während der Schwangerschaft sollte ein Organ zum Beispiel der Mutter geschädigt werden, weil nicht der Fetus dafür sorgt, dass die Mutter zumindest so lange überlebt, dass er dann auch zur Welt kommen kann. Das ist ein Konzept, das in der Evolution wahrscheinlich der Tatsache geschuldet ist, dass es halt bei Menschen in höheren Säuren interkorporale Schwangerschaft gibt und sozusagen ein Schutzmechanismus ist, dass, ich sage mal, die Mutter so lange am Leben oder so lange gesund gehalten werden kann, dass es auch wirklich zur Geburt kommt, gibt aber auch noch andere fetale Stammzellen und dann gibt es die adulten Stammzellen und bei den adulten Stammzellen, da ist natürlich ganz dominierend sind die Blutstammzellen, die ja auch viel therapeutisch eingesetzt werden bei Leukämieerkrankungen, bei Stoffwechselerkrankungen und so weiter, Blutspende, Stammzellenspende, das weiß man ja, da gibt es viel und auch da tut sich in der Forschung sehr viel, vor allem auch in der Anwendung sehr viel und das wäre einmal so, um sie zu unterteilen in diese drei großen Typen, ich habe sie aber gleich jetzt auch ein bisschen unterteilt in das, was sie können, weil das ja auch gefragt worden ist, die embryonalen oder pluripotenten Stammzellen können am meisten, die können sie wirklich noch in mehr oder weniger alle Zelltypen, es gibt so klar deutlich über 200 verschiedene Zelltypen des menschlichen Körpers, können sich die noch entwickeln. Bei den fetalen gibt es auch, wie zum Beispiel die Fruchtstammzellen, die können sehr, sehr viel, nicht ganz so viel wie die pluripotenten, aber auch sehr viel und bei den adulten ist es eher so, dass man sagt, die können halt dann ein bestimmter Typ noch werden, also die Blutstammzellen sind halt in dieser Linie, wie man das sagt, der Blutentwicklung sozusagen, sind die beheimatet und die können sich dort weiterentwickeln und dann gibt es Hautstammzellen und für viele Organe und so weiter Stammzellen und die sind aber schon spezifisch, also auch von ihrem Potenzial auch schon deutlich eingeschränkter. Alle drei kann man für Grundlagenforschung verwenden und alle drei kann man andenken für die Anwendung in der Medizin. Für die Anwendung in der Medizin, Karl Stöger, was darf man in Österreich, was darf man anderswo? Also wenn man diese eben angesprochenen verschiedenen Arten von Stammzellen nimmt, dann sind, es wurde auch schon gesagt, ethisch die embryonalen Stammzellen, die bei denen die Verwendung am umstrittensten ist und da ist auch die rechtliche Begrenzung die stärkste, wobei wir in Österreich eine etwas seltsame Rechtslage haben. Aber vereinfacht gesagt ist es so, befruchtete Embryonen darf ich für Forschungszwecke nicht verwenden, ich darf sie eben auch nicht verbrauchen im Inland, aber jetzt kommt, da gibt es Unterschiede in ganz Europa, das ist etwas, da kann man sich europaweit auch nicht einigen, da hat die Europäische Union auch keine Regelungskompetenz. In Europa gibt es sehr verschiedene Lösungen, in Deutschland gibt es auch ein solches Verbot, das kann sogar zu gerichtlichen Strafen führen, allerdings mit einer Ausnahme, ich kann Stammzellen aus dem Ausland einführen, wenn die entsprechende Stammzellinie ein paar Jahre alt ist, damit man doch forschen kann, weil der Wissenschaftsstandort braucht das. In Österreich sind wir da insoweit sogar etwas großzügiger, sie können auch ganz aktuelle Stammzellen aus dem Ausland gewinnen, sie dürfen nur nicht in Österreich eben hergestellt worden sein aus Embryonen, das heißt es ist Stammzellforschung in Österreich erlaubt, aber die Herstellung, der dafür benötigt, zählen nicht, aber wenn ich sie mir aus dem Ausland hole, kein Problem. Was da aber noch einhergeht ist, ich habe ein relativ strenges Gewinnverbot, das heißt Geld verdienen soll man damit nicht. Das ist gewissermaßen der eine Bereich, hier ist viel verboten. Gerade die adulten Stammzellen, da ist relativ viel erlaubt, da landen wir in der Forschung eigentlich kaum bei Beschränkungen und die können auch kommerziell verwendet werden. Gerade adulte Stammzellen werden oft so weit verarbeitet, dass sie Arzneimittel sind, damit gelten sie rechtlich als Medikamente, mit denen man Geld verdienen kann, die man Menschen auch geben kann. Was da nach wie vor fortwirkt, ist gewissermaßen Anfang und Ende des Lebens sind ethisch besonders heikel, weshalb auch die Rechtsordnung hier zwar versucht, Antworten zu geben, aber dennoch auf der Bremse steht. Allerdings, wie gesagt, das ist ein bisschen doppelbötig. Im Inland nicht, aber wenn man es aus dem Ausland holt, dann schon, weil man die Forschung nicht behindern will. Und jetzt darf ich vielleicht noch ganz kurz auf eine andere Ebene gehen, um zu fragen, warum ist das so? Weil wir verschiedene Grundrechte haben, die der Staat beachten muss, die hier kollidieren. Wir haben in Österreich eine relativ großzügige Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, der Wert der Wissenschaft wird von unserer Verfassung grundsätzlich als durchaus hoch eingeschätzt. Und Grenzen der Wissenschaftsfreiheit sind insbesondere dort, wo einerseits die Gesundheit von Menschen betroffen ist. Das, glaube ich, muss man nicht weiter erklären. Forschung, die Menschen schadet, will man nicht. Es gibt aber auch die Grenze des Schutzes der Moral. Da landen wir auch wieder beim Thema, was ist mit embryonalen Stammzellen. Aber Moral ist ein Begriff, der von sehr unterschiedlichen Vorstellungen abhängt, der sich wandelt. Wo es gerade auch die Aufgabe des Rechts ist, zu sagen, ich erlaube und ich verbiete etwas. Und da muss man leider sagen, unsere Rechtsordnung gibt zwar eine Antwort, aber sie tut das, wie gesagt, nicht auf eine besonders offensichtliche Art und Weise, sondern versucht eine Zwischenlösung. Wir verbieten es halt ein bisschen. Eine typisch österreichische Lösung. Im anderen Bereich, dort, wo es eben um den therapeutischen Einsatz geht, da geht es ja auch wirklich darum, dass der Staat Entwicklungen gar nicht verhindern darf und soll die Menschen helfen. Und er soll dann auch nicht denen, die diese Entwicklungen anbieten, verbieten, die durchzuführen, selbst wenn sie damit Geld verdienen. Das heißt, wenn ich Arzneimittel und dergleichen entwickeln will, habe ich es verfassungsrechtlich, sage ich mal, grundsätzlich leichter. Insbesondere, wenn das Ausgangsmaterial eben adulte Stammzellen sind. Kritisch wird es eben bei den embryonalen Stammzellen, wobei es wurde ja schon aufgezeigt. Es gibt schon Wege, die durchaus erlaubt sind, mit denen ich ähnlich gute Ergebnisse bekomme, nämlich die angesprochenen humanen induzierten pluripotenten Stammzellen. Da ist der Regelungsrahmen eigentlich erneut eher ein arzneimittelrechtlicher. Mich erinnert das jetzt ein bisschen an die österreichische Energiepolitik. Wir dürfen Atomstrom importieren, aber wir dürfen keinen Atomstrom hier erzeugen. Das heißt, ein bisschen verbieten, aber dann doch hereinlassen. Ja, man kann nach außen sagen, man hat es verboten, diese unanständige Art der Forschung. Zugleich sind ja nicht alle davon überzeugt, dass diese Art der Forschung unanständig ist. Also lässt man sie dann doch wieder zu. Aber die Gretchenfrage ist, wo kommen die Embryonen her? Und da sagt man, naja, wenn andere Staaten das erlauben, bitte, dann kann man sie nach Österreich auch holen. Wie gesagt, bei uns relativ leicht, aber auch Deutschland geht unter anderen Vorzeichen, sogar mit strafrechtlichen Verboten, denselben Weg. Und andere europäische und nicht-europäische Staaten erlauben das. Und da spielt natürlich bei allen ethischen Bedenken auch ein Wettbewerb der Wissenschaftsstandorte eine Rolle. Und natürlich die, die bei Sachen, die wichtig sind, weiter vorne sind, haben auch was davon. Umgekehrt, wie gesagt, manchmal hilft der Zufall und manchmal gibt es Entwicklungen, die dann eigentlich andere Arten der Stammzellen fast interessanter erscheinen lassen, als die, die besonders große Probleme machen. Markus Hengstschläger lächelt. Das ist ja ziemlich unbefriedigend, diese Situation für einen Forscher, oder? Der Karl Stöger hat es angesprochen. Es gab Zeiten, wo das Unbefriedigende war als heute, weil wir jetzt schon viele Alternativen zur Verfügung haben. Diese induzierten plüipotenten Stammzellen sind eine sehr gute Alternative. Um nicht zu sagen, man würde wahrscheinlich bei manchen Experimenten sie sogar bevorzugen. Und für konkrete Fragen ist es manchmal auch klüger, mit fetalen oder adulten Stammzellen zu arbeiten, als mit embryonalen Stammzellen. Aber es gibt natürlich auch Themen, wo man sie verwenden will. Und da gibt es jetzt eben, und das war mein Lächeln, weil das mir gut gefallen hat, wie der Karl das beschrieben hat, natürlich diesen Weg, diesen österreichischen Weg, aber der ist kein österreichischer, weil es es ja in anderen Ländern auch gibt, dass man sagt, na gut, aber wenn es die schon gibt und die kann man kaufen und importieren, dann importieren wir diese Stammzellenlinien, die es schon gibt und forschen mit denen. Und das wird ja in Österreich auch so gemacht. Was macht Stammzellen für so jemanden wie mich, Humangenetiker, die sich für Erkrankungen des Menschen interessieren oder auch für die Frage, wie entsteht ein Organ beim Menschen und was kann da schieflaufen, so attraktiv? Oder warum ist das so ein Thema, wo man nicht locker lässt und ich arbeite jetzt schon so viele Jahre mit Stammzellen? Weil wir ja ein Modell brauchen. Man braucht ja immer ein Modell, an dem man forscht. Und aus ethischen Gründen ist der Mensch selbst einmal als Modell in den vielen, vielen Fragen, die wir haben, natürlich keine Option. Muss aber wissen, dass auch erstens man bei Tierexperimenten auch die ethische Argumentation führen muss. Und zweitens, und das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren immer besser verstehen, dass das Tier, also Mausmodelle und so weiter, für viele Fragen einfach auch nicht geeignet ist, weil es viele Erkrankungen in der Form mit den Charakteristikern, die der Mensch hat, beim Tier nicht gibt. Selbst wenn man ein ganz vergleichbares Modell studieren würde, das ist so nicht vergleichbar. Und da ist man immer auf der Suche, wie geht man da in der Forschung aber dran, Modelle zu haben im Labor, die geeignet sind. Und da, wenn man mich fragt, was sich so in den letzten Jahren so an großen Errungenschaften, Erneuerungen in der Grundlagenforschung getan hat, dann kommt das Wort Organoid. Und dann noch dazu ein ganz besonderes Thema, auf dem meine Forschungsgruppe auch arbeitet, das sogenannte Embryoid. Ich muss das erklären. Runde 2 über Humanoide und Embryonide. Ein Organoid ist winzig klein in der Petrischale, wo man aus solchen pluripotenten Stammzellen, die kann man auch anders herstellen, aber ich mache jetzt einmal dieses Beispiel, indem man diesen pluripotenten Stammzellen bestimmte Wachstumsfaktoren gibt, bestimmte unterstützende Medien und all das, schafft man es, aus diesen pluripotenten Stammzellen kleine Organe zu machen. Das sind natürlich jetzt winzige Organe, da gibt es Modelle fürs Herz, da gibt es Modelle für die Leber, wir arbeiten auf Modellen bei uns im Haus, Leber, Haut, es gibt Modelle fürs Gehirn und das sind Organoide. Und diese Organoide sind jetzt aus menschlichen, humanen Stammzellen gemacht und an diesen Organoiden kann man jetzt wunderbar studieren, wie entsteht ein Organ, was läuft schief, wenn ein Gen eine Veränderung hat. Das kann man nämlich in dem Organoid einführen und dann kann man das alles testen, was man all die Jahre am Menschen ja nicht testen konnte und im Tier so nicht ist. Das ist der wichtige Punkt dabei. Und wenn ich das erzählen darf, weil das ist sozusagen das Thema, auf dem ich zurzeit in meiner direkten Forschungsgruppe arbeite, bei mir im Zentrum arbeiten über 100 Forscherinnen oder über 100 Kolleginnen und Kollegen, aber bei mir in der Gruppe selbst, das Embryoid. Es ist so, wir wollen verstehen, wie Leben entsteht beim Menschen. Warum wollen wir das verstehen? Naja, einerseits, weil man das wissen will als Grundlagenforschungsinteresse, aber es gibt ja auch viele Erkrankungen, die sehr früh starten. Viele, wir gehen heute davon aus, dass weit über 50 Prozent aller Embryonen, die entstehen, entweder gar nie einnisten oder es zu einem Stopp kommt. Und wir verstehen nicht, warum. Wir wissen nicht, warum das so ist. Und all diese Dinge, die man da studieren hat, konnte man bisher nicht studieren. Der Karl Stöger hat gesagt, an Embryonen darf man ja ganz allgemein in Österreich nicht forschen. Man darf sie nicht nur nicht verbrauchen für Stammzellen, man darf sie auch so zur Forschung nicht verwenden. Aber wir können jetzt aus plüripotenten Stammzellen im Labor kleine Embryonen herstellen. Man muss immer dazu sagen, wenn wir Embryoid sagen, dann kann daraus kein Mensch werden. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Die Modelle, die wir im Labor haben, die können sich nicht weiterentwickeln zu einem menschlichen Leben oder zu einem Menschen. Aber sie simulieren, wenn ich das so sagen darf, diese ersten Tage von 0 bis zum vielleicht Tag 10, 12, je nachdem, welche Modelle man da verwendet, kann man das wunderbar im Labor aus plüripotenten Stammzellen herstellen. Es gibt übrigens weltweit vielleicht, wenn man es hochschätzt, zehn Labors, die das machen und das auch können. Und eines ist eben unser Sinn wie. Und wir stellen das her und da haben wir jetzt zum Beispiel, gerade vor kurzer Zeit im höchsten Entwicklungsbiologischen Journal der Welt, eine Veröffentlichung publiziert, wo wir zeigen, das erste Mal, warum ein Embryo, der menschliche Embryo ganz am Anfang so ausschaut, wie er ausschaut. Der bildet so eine Membran, das nennt man Basalmembran, die umhüllt ihn und die bildet er selbst und die gibt ihm auch die Form. Und wenn etwas in der Fehlentwicklung, also wenn etwas nicht normal läuft, dann ist diese Membran auch irgendwie zerstört. Und wenn diese Membran zerstört ist, dann kann er sich nicht entwickeln und dann kann er sich nicht einnisten und keine Schwangerschaft ausessen. Also nur damit man mal sieht, was man da plötzlich mit Stammzellen alles verstehen kann, was man noch vor wenigen Jahren sich nicht einmal gewagt hätte zu denken, dass sowas im Labor nachzustellen ist. Und das hat unglaublich viele Vorteile. Einerseits ethische Diskussion, also auch zur Vermeidung von Tierexperimenten, natürlich im Zusammenhang mit der Embryonentforschung der Humanen und vieles mehr. Und da sieht man also, welche Kraft embryonale oder auch pluripotente Stammzellen, in dem Fall sind es ja ganz normale pluripotente Stammzellen, haben, wenn es um Grundlagenforschung geht, das ändert gerade alles. Das haben wir noch vor wenigen Jahren nicht gekonnt. Da kommt ja die ethische Diskussion gar nicht mit. Die wird ja überdribbelt, oder? Karl Stöger. Sie findet statt, sie findet sogar etwas schneller statt als die rechtliche Diskussion. Wenn ich das nochmal erklären darf, bei Ethik reden wir ja allgemein von Handlungsanweisungen. Wie stelle ich mir vor, dass ich gut und richtig handle? Recht ist ein Normensystem, das den Vorteil hat, dass es staatlich durchgesetzt wird. Das aber auch die Aufgabe hat, gewissermaßen dann einer oder mehr in ethischen Positionen in einer gewissen Frage zum Durchbruch zu verhelfen. Also nach dem Motto, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein ethisch, aber rechtlich muss es ein Ja oder Nein geben. Rechtssicherheit ist ein hoher Wert und deswegen gibt es Vorschriften, mit denen kommen manche gut zurecht und andere nicht. Aber ich meine, gibt es Vorschriften. Und was jetzt diese Modelle angeht, da ist die ethische Diskussion tatsächlich fast intensiver und die Embryonenmodelle und die allgemeinen Organmodelle regen dort eigentlich gar nicht so sehr auf, weil es ist derzeit wirklich völlig klar, aus diesen Modellen werden keine Menschen. Das heißt, das hat keine Ähnlichkeit mit dem, was für uns einen Menschen ausmacht. Es hilft aber in der Frühphase, die menschliche Entwicklung nachzuvollziehen. Deswegen ist die ethische Diskussion relativ ruhig und auch die rechtliche, weil ich aus rechtlicher Sicht, ich habe es eben mit zum Beispiel einer Hautzelle zu tun, die letztlich in ein Embryonenmodell umgewandelt wird. Da ist nirgendwo weit und breit eine Ei- oder eine Samenzelle in Sicht, wo es rechtlich kritisch wird. Bei den anderen Organmodellen auch nicht wirklich, weil die Leber im Reagenzglas oder die Niere im Reagenzglas regt ehrlich gesagt niemanden auf. Das Gehirn ist das, wo derzeit ethisch die stärkste Diskussion stattfindet, weil manche schon ein bisschen, fürchte ich fast, derzeit noch sehr übertrieben die Frankenstein-Vorstellung haben, dass dann irgendwann ein Hirn in einem Reagenzglas schwimmt und sich fragt, was tue ich hier. Ist allerdings, so wie ich das naturwissenschaftlich verstehe, aber da drüben sitzt der Experte, derzeit auch noch nicht zu erwarten. Aber das regt die Ethiker zu Diskussionen und da springen jetzt insbesondere außerhalb Österreichs, zum Beispiel in Deutschland, auch schon die Juristen und Juristen auf und fragen, ja, was ist dann? Naja, man kann das rechtlich schon relativ klar beantworten. Das Hirn in der Petrischale ist vieles, selbst wenn es denken kann, aber kein Mensch. Das ist dieselbe Diskussion, die wir auch haben. Was ist, wenn die künstliche Intelligenz wirklich intelligent wird? Technisch äußerst unwahrscheinlich, aber ein Mensch ist sie dann jedenfalls einmal nicht. Dann wird man darauf eine Antwort geben müssen. Aber in der Ethik macht man sich darüber tatsächlich schon Gedanken. Also ich weiß nicht, ob die Ethik wirklich übertriebelt ist, aber die Naturwissenschaft gibt da mal den Takt vor und die Ethik denkt intensiv nach. Und die Rechtsordnung, wir werden im Herbst an der Uni Wien eine Tagung machen am Institut für Ethik und Rechte hin zu Organ- und Embryonenmodellen, wo auch rechtliche Analysen vorkommen. Das Recht hat eigentlich damit kein wirkliches Problem aus dem Grund, den ich am Anfang genannt habe. Wir sind weit weg von den embryonalen Stammzellen. Wir sind eher im Bereich Forschung oder sogar mittelfristig kommerzielle Anwendung. Und da gibt es relativ wenig Beschränkungen, weil da sind sich alle einig, da schade ich eigentlich niemandem, sondern tue anderen Gutes, wenn daraus wissenschaftlich und vor allem therapeutisch etwas werden kann. Ich würde sogar noch ergänzen, dass, so wie ich es ja schon kurz angesprochen habe, aus ethischer Sicht, ich meine, ja, daraus kann kein Mensch werden, wenn wir so ein Embryoid bei uns hier in Wien im Labor herstellen. Die sind winzig klein, also das ist alles, aber nur, damit man sich da eine Vorstellung machen kann. Aber es gibt uns die Möglichkeit, daran zu forschen und ganz, ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich habe ein Beispiel gebracht, die wir noch vor ein paar Jahren hätten nie uns erträumen lassen, dass wir das beforschen können. Heißt also, es ist gewissermaßen, auch ein Ersatz zur ethisch umstrittenen Embryonenforschung. Und es ist natürlich auch ein Ersatz zum Tierexperiment, weil wenn man gesagt hat, dann schaue ich mir das halt im Tier, in der Tierembryogenese an, die ganz anders abläuft als die menschliche. Das wissen wir mittlerweile auch schon. Dann ist hier auch die Option, das zu ersetzen. Und da lege ich jetzt dann, wenn ich zuerst gesagt habe, auf die Frage, was tut sich? Naja, auch bei der Anwendung, also auch bei der Frage, wofür kann man denn jetzt stammt sein, zum Beispiel in der Anwendung, man will ja Medikamente testen. Man generiert neue Medikamente, möchte die testen. Auch hier gibt es Tests an Tieren. Es gibt dann Tests sozusagen, die so reihen, so Phasen folgen. Und auch hier ist es gut möglich, an solchen Organoiden oder eben auch an Embryoiden, die Wirkung von Medikamenten einmal vorzutesten. Schaden die der Entwicklung dieses Organs, der Leber, was auch immer, dem Herz oder dem Hirn? Oder schaden die in der Embryonalentwicklung diese Medikamente? Und daher ist es auch hier so, und auch hier ist es ein Ersatz zum Tierexperiment, beim Testen von Medikamenten, wenn man Stammzellen oder stammzellbasierende Modelle verwendet, zum Austesten von Medikamenten. Also mir fallen, das wollte ich jetzt eigentlich nur ergänzen, einige Argumente eigentlich aus befürwortender Sicht im Zusammenhang mit Ethik ein. Vielleicht auch ein paar Dinge noch, Karl Stöger hat es eh schon ein bisschen so, ich sage immer wieder, ich bin jetzt schon so lange auch in der österreichischen Bioethikkommission aktiv, man muss natürlich argumentieren, wenn man etwas tut. Klar, da brauchen wir eine ethische Diskussion. Man muss aber auch genauso argumentieren, wenn man etwas unterlässt und etwas nicht tut. Und wenn man große Erkenntnisse aus solchen Dingen gewinnen kann und eigentlich ethisch abgeklärt ist, dass da jetzt sich nicht, so wie angesprochen, so große Themen ergeben, dann hat man hier auch irgendwie die Möglichkeit einmal zu sagen, du, warum soll man das nicht tun? Das ist ja etwas, was man eigentlich tun sollte. Und einen Punkt noch, der mir auch wichtig ist, weil das angesprochen worden ist, zieht die Ethik dann immer erst nach oder so. Ich glaube, es ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf ist so wichtig, dass er immer laufen muss, die ganze Zeit. Die Wissenschaft, so wie wir es jetzt gerade tun, muss transparent machen, was ist der aktuelle Stand. Und zwar ganz transparent, ehrlich, einfach sagen, das können wir, das wissen wir, das können wir nicht, das wissen wir nicht. Die Medien müssen mithelfen, dass das so übersetzt wird, dass am Ende des Tages sich die Bürgerinnen und Bürger ein Bild machen können, in einer liberalen Demokratie am Ende auch sagen können, ich wähle jene Vertretung politisch, die diese Meinung, die wir uns hier gebildet haben, dann auch umsetzt. Noch einmal nur zur Erinnerung, Mehrheiten, das hat mit Ethik nicht automatisch, das ist also, das wissen wir eh, ich sage das jetzt nur der Vollständigkeit halber, wenn ich, weiß ich nicht, segeln gehe und wir sind zu zehnt am Boot und neun beschließen, sie schmeißen mich auf hoher See über Bord, dann haben sie zwar eine Mehrheit, die bei der nächsten Nationalratwahl jede Partei gerne einmal hätte, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. Das möchte ich nur dazu gesagt haben. Aber trotzdem ist der beste Weg immer noch demokratisch, dann die Vertreter zu wählen und die dann, die Juristen beauftragen, Rahmen zu bilden, die dann auch das, was man sich überlegt hat, sozusagen in einen Rahmen gießen, damit die Wissenschaft einen Rahmen hat. in der sie anwenden kann oder erforschen kann, Grundlagenforschung. Und dieser Kreislauf, da kann man nie sagen, wer ist vorne oder wer ist hinten. Ich habe nur die Sorge, dass er aus irgendwelchen Gründen, und die Sorge darf ich vielleicht nehmen, obwohl es nicht das heutige Thema ist, also das Vertrauen, das in die Wissenschaft eigentlich gesteckt werden sollte, Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die Politik, da ist in Österreich vielleicht gerade ein bisschen Luft nach oben. Stammzellforschung, was kann man, was darf man? Sie hören eine Diskussion zwischen dem Humangenetiker Markus Hengstschläger und dem Medizinrechtler Karl Stöger. Runde 3 über die Rolle der Ethik in Ost und West. Wenn wir über Ethik sprechen, es gibt eine weit verbreitete Ansicht, die sagt, wir verzetteln uns hier im Westen, in Europa und USA, in ethischen Diskussionen, aber die Chinesen und die ganzen in Asien, die machen eh, was sie wollen, die werden uns überholen, weil die haben hier keinerlei Schranken. Das ist eine eher boulevardeske Ansicht, aber eine weit verbreitete. Was sagen denn die beiden Herren dazu? Karl Stöger? Auch dort gibt es Grenzen, auch dort gibt es eine Ethik, die teilweise anders funktioniert als unsere, aber das sieht man relativ schön, auch wenn die Vorgeschichte bis heute nicht klar ist. Als die ersten Kinder zur Welt kamen, an deren Erbgut mit der Genschere CRISPR herumgetan wurde, war die chinesische Regierung alles andere als erfreut. Es gab dann verschiedene Vermutungen, wie viel war da staatlich bekannt, aber jedenfalls der Aufschrei rund um die Welt unter allen Forscherinnen und Forschern war, vielleicht kann man das irgendwann machen, aber jetzt sind wir Jahrzehnte zu früh dran und der entsprechende Forscher ist dann ein paar Jahre ins Gefängnis gewandert, weil auch festgestellt wurde, er hat kein ausreichendes Ethikvotum eingeholt. Ich glaube aber, es sollte uns schon klar sein weltweit, wir sehen leider, wie sehr werte Systeme immer wieder auseinanderklaffen, aber es gibt schon eine gewisse Grenze dessen und da spielt auch die Wissenschaftsgemeinschaft mit, auch die in anderen Staaten, die sagen, das machen wir nicht. Ich kann mich erinnern, da wird Markus Hengstschiger wahrscheinlich mehr wissen, es hat schon vor 10, 15 Jahren irgendein italienischer Forscher auch ähnliche Experimente an Embryonen in Russland angekündigt, also sind sie erlaubt, die haben aber bis jetzt nie stattgefunden. Erstens sind manche dieser Szenarien wissenschaftlich gar nicht so leicht zu verwirklichen und zweitens ist es dann auch so, dass auch andere Staaten, auch andere Rechtssysteme schon gewisse Grenzen kennen. Ich glaube, man kann sich schon vor gewissen Entwicklungen im Bereich Rüstungspolitik und dergleichen fürchten, das haben wir gesehen, die Atombaume ist natürlich erfunden worden, sie ist eingesetzt worden, aber nachdem sie eingesetzt wurde, hat man eigentlich versucht, sie unter dem Tisch zu halten und selbst die Staaten, die sie haben, obwohl sie sie nicht haben dürften, weisen zwar immer darauf hin, dass sie sie haben und schießen manchmal Raketen durch die Gegend herum, so wie Nordkorea, aber einsetzen will sie niemand und auch Russland weiß nicht, wie glaubwürdig seine nukleare Drohung derzeit rüberkommt. Und ich glaube, das muss man schon auch sehen, wenn wir die eigenen Wissenschaftler sagen, das ist eine Büchse der Bandora, also der Mensch hat, denke ich, doch einen gewissen Selbsterhaltungstrieb, dass er manche Dinge nicht erforschen lassen will, obwohl sie vielleicht reizvoll wären. Bei allen kulturellen Unterschieden und ja, vielleicht binden wir uns ein bisschen die Hände, aber andererseits Dinge wie Embryonen und Organmodelle, da ist der Westen voll dabei und da kommt vielleicht kurzfristig deutlich mehr raus, als wenn man eben noch versucht, mit anderen besonders heikelen Methoden etwa klassische embryonale Stammzellenforschung weiterzuarbeiten, die auch dort, wo sie durchgeführt wird, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht immer die Ergebnisse geliefert hat, die man erwartet hat. Also Recht wird von Menschen gemacht und wenn man etwas unbedingt machen will, dann kann man sich selbst auch erlauben. Aber das andere ist immer noch, ob man nicht manchmal Angst vor der eigenen Courage bekommt und es dauert bei Menschen leider immer sehr lang, das heißt irgendein Schaden ist meistens angerichtet, aber dann, also sind wir zuversichtlich, ich meine, wir stellen zwar gerade sehr viel an mit dem Planeten und allem, aber man tut ja dann doch was dagegen und sagt, na so soll es eigentlich nicht weitergehen und dem würde ich ein Stück weit zumindest vertrauen. Also dem schließe ich mich 100% an. Da gibt es sozusagen drei Ebenen, auf denen ich gerne antworten würde. Die eine ist einmal, es gibt überraschenderweise eigentlich bei einigen Themen ganz breiten Konsens über den Planeten, dass man sagt, ja, das wäre vielleicht möglich oder da könnte man vielleicht weiterforschen, aber die Grenze, und das ist genauso in China, wie es im Westen ist oder wie auch immer, wird das so gesehen, die Grenze ist eigentlich jetzt einzuhalten. Und da ist dieses Beispiel mit der CRISPR-Cas9, mit den Kindern, die da auf die Welt gekommen sind. Ich meine, der chinesische Kollege ist drei Jahre ins Gefängnis gegangen, weil er das getan hat. Das war das erste Mal, dass ein Eingriff in die Gene eines Menschen, in der Gesamtheit des Menschen, also in die Keimbahn eines Menschen durchgeführt worden sind. Und diese Kinder sind auch durch die Welt gekommen. Und die gibt es also, und das Entscheidende ist, die werden das auch vererben. Und man weiß auch noch nichts über die Nebenwirkungen und über Effekte, die sogenannten Off-Target-Effekte. Und da besteht ganz breiter Konsens zurzeit weltweit, dass diese Keimbahn-Therapie, richtig gesagt, vielleicht einmal, aber aktuell nicht. Und das wird eigentlich in allen Ländern so gesehen, angewendet wird. Und wir haben ein ähnliches Beispiel aus der Vergangenheit, das ist das Klonen des Menschen. Was ist da nicht alles diskutiert worden? Was ist da nicht alles drauf und runter und was ist wenn? Aber irgendwie herrscht aktuell breitester Konsens auf der ganzen Welt, dass eigentlich die Wissenschaft sagt, auch aus Gründen der Technik, aber auch aus Gründen der Ethik. Also es gibt biologische Argumente, ethische Argumente, die einfach ganz klar dagegen sprechen. Und daher ist breiter Konsens. Und ich habe jetzt einfach einmal zwei Beispiele herausgegriffen, das nicht zu tun. Also nein, ich würde meinen, interessanterweise gibt es bei bestimmten Themen da Zustimmung von vielen verschiedenen Ländern. Ein anderer Punkt, den ich unbedingt loswerden will, ist nicht dort, wo die Dinge eventuell mehr erlaubt sind als woanders, gibt es bessere Forschung. Das reicht nicht für die bessere Forschung. Also das ist einfach zu sagen, dort wäre es erlaubt, daher werden wahrscheinlich dort auch die besten sein oder die besten Forschungsergebnisse erzielt werden. Darf ich da unterbrechen? Aber die USA haben in anderen Bereichen weite Forschungsfelder nach China ausgeladen. Kann schon sein, aber... In der Virologie zum Beispiel. Ja, aber kann schon sein. Aber ich glaube, es ist sozusagen kein Automatismus, so möchte ich sagen, dass wenn man sagt, also dort ist es jetzt ein bisschen mehr erlaubt als dort, dann da erlaubt es dort besser. Also wenn man jetzt nur zu diesen Embryd- und Organoid-Modellen kommt, dann muss man einfach feststellen, dass zum Beispiel gerade in Österreich, nicht nur in Europa, sondern in Österreich auf diesen Gebieten eine ganze Reihe von Forschern, Forscherinnen weltführend sind. Das ist so. Das ist einfach ein Faktum und das kann man der Literatur festmachen und das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Und dann würde ich noch gerne ein Aber ergänzen. Ein Aber ist, wenn man Unterschiede festmacht, dann eher dort, wo man sagt, wie ist es denn dann, wenn man Forschungsergebnisse erzielt hat, wo die Option besteht, die jetzt wirtschaftlich umzusetzen. Da muss man jetzt sagen, da sehe ich schon gewisse Unterschiede. Also die Bereitschaft zum Beispiel, weil es angesprochen worden ist in den USA, Forschungsergebnisse direkter, mit weniger Hürden. Ich rede jetzt über die Voraussetzungen, ein Start-up zu gründen, ein Spin-off zu gründen von einer Universität, das auch nicht nur kurzfristig finanziell zu unterstützen, sondern langfristig und wirklich sich das auch zu trauen. Venture Capital, also das heißt, Geld zu riskieren. Nicht immer zu sagen, wann kommt die nächste Rendite und wann ich keine Rendite sehe, dann investiere ich nicht. Da wird schon in Forschung investiert, in anderen Ebenen. Wenn man sagt, es gibt Unterschiede, dann sehe ich eher Unterschiede bei diesem Mut, dann auch zu sagen, ich setze das um, ich will das ausprobieren, ob das den Patienten wirklich hilft oder ich will das in anderen Zusammenhängen ausprobieren. Und da gibt es Regionen, die haben eindeutig gegenüber anderen Regionen die Nase vorn. Und das ist auch immer so ein bisschen ein Wink, den ich immer so abgeben möchte, wo ich immer sage, da muss auch gerade Österreich schauen, weil wir haben in Österreich, was dieses Thema anbelangt, auch wirklich richtig noch viel zu tun. Karl Stöger. Ich möchte nur ganz kurz noch anschließen. Ich meine, bei einigen dieser Beispiele, das eine ist, jetzt hat die chinesische Regierung zwei bis drei Babys, drei angeblich, deren Erbgut genetisch verändert oder sie können das weitergeben. Und jetzt kommt die unangenehme Seite. Das ist wahrscheinlich auch nicht gut, wenn die sich fortpflanzen aus Sicht der Regierung, weil dann haben sie im eigenen Land möglicherweise eine größere Anzahl von Personen, bei denen man nicht weiß, welche Auswirkungen das auf sie hat. Das heißt, die sind jetzt schon vor der sehr unangenehmen Situation. Was machen sie mit den Kindern und ihrer Zukunft? Und spätestens dann vergeht einem wahrscheinlich ein bisschen die Lust an manchen Sachen, weil die Handfeste praktische Probleme nach sich ziehen, die ich als Regierung lösen muss. Und die ganze Welt weiß jetzt, dass es diese Kinder gibt. Das heißt, sie werden irgendwann sagen müssen, was sie getan haben. Das Zweite ist Drohnen statt Klonen. Schauen wir nach Osten leider. Der Krieg setzt immer mehr auf Schutz von Menschen und Technisierung. Die Idee der Klonsoldaten findet man in Star Wars, aber nicht im wirklichen Krieg. Da werden in ganz andere Technologien investiert. Und das Dritte, ich lagere Forschung zum Teil aus, das stimmt, aber ich will sie ja dann wieder zurückholen. Das beginnt bei der Medikamentenforschung, wo seit Covid alle sagen, Europa braucht Kapazitäten, wo die USA wieder zurückholt. Geht über die nicht mit der Medizin, aber dennoch für KI auch in der Medizin, wichtigen Halbleiterchips und so weiter, wo man sagt, naja, ob man die wirklich nur in Taiwan belassen soll oder in die USA zurückholt. Und wenn Trump die Wahl gewinnen sollte, dann wird er das ganz schnell weiter forcieren. Das hat er ja schon begonnen. Ich glaube, da ist viel Dynamik drin, nicht nur gute Entwicklung, aber der Mensch ist sehr pragmatisch. Und die Kosten der Stammzellforschung, wenn man die zum Klonen einsetzt oder auch nur zur Veränderung des Erbguts, sind wahnsinnig hoch, wenn das schiefläuft. Da wird man sich eher auf Methoden konzentrieren, die mir dasselbe Ergebnis bringen, aber mit weniger Risiko. Ist im Ergebnis genauso schlecht, wenn das die falschen Leute in Händen haben. Aber ich glaube, das Risiko geht derzeit von anderen Themen eher aus. Ich würde gerne ein Beispiel, das sozusagen ganz im Zentrum der Stammzellforschung angesiedelt ist, einmal bringen, wo ich sehe, wo jetzt gerade, wenn es um diese Umsetzung geht, solche Unterschiede jetzt gerade entstehen. Wir haben über diese induzierten pluripotenten Stammzellen gesprochen. Induzierte pluripotente Stammzellen sind noch einmal zur Erinnerung, solche Zellen, wo man aus somatischen Zellen, Hautzellen oder Ähnlichem, einfach durch Reprogrammierung wieder so pluripotente Stammzellen herstellen kann. Und die kann man dann im Labor zu Nervenzellen, Muskelzellen, Knochenzellen machen. Und das ist gelungen, wie gesagt, da gibt es den Nobelpreis, und das sind Methoden, die man jetzt routinemäßig in der Grundlagenforschung anwendet. Was jetzt vor kurzem bei der Maus gelungen ist, ist, dass man aus der Haut pluripotente Stammzellen herstellt und aus diesen pluripotenten Stammzellen Eizellen oder Spermien, Samenzellen herstellen kann. Das ist deshalb natürlich für die Anwendung hochinteressant. Ich sage jetzt bisher an der Maus gelungen, bei Menschen nicht, aber an der Maus gelungen, weil natürlich es Menschen gibt, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, weil es eben Einschränkungen gibt in der Eizellentwicklung oder in der Spermienentwicklung. Und für diese Menschen wäre dieser Ansatz in Zukunft natürlich der, dass man sagt, man kann aus der Haut einfach, wenn keine Samenzellen vorhanden sind oder Eizellentwicklung nicht mehr funktioniert, man kann aus der Haut dann solche pluripotenten Stammzellen machen, dann Eizellen und Samenzellen herstellen. Runde 4 über Fortpflanzung mit Hautzellen Das ist eine ganz praktische, ganz klare Linie, wo man sagt, man nennt das übrigens in vitro gametogenese, kompliziertes Wort, aber bedeutet nichts anderes, dass man Keimzellen in vitro herstellen kann, aus Stammzellen. Und das ist eine Methode, wo man sagt, also gut, das kann man sich schon vorstellen, dass das auch vielen Patientinnen und Patienten helfen kann auf dem Weg zur Erfüllung des Kinderwunsches. Und es ist einfach unglaublich, wie schnell uns Summen von Geld in Firmen gesteckt worden sind, Venture Capital. Und wenn man das betrachtet, und da gab es auch schon Artikel darüber, wo dieses Geld gelandet ist, und das sind wirklich ganz, ganz hohe Summen, weil natürlich diese Investoren sich vorstellen, naja, wenn das funktioniert, und man in Zukunft, wenn jemand ein schlechtes Permiogramm hat, man einfach sagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir nehmen aus der Hautzelle ein paar Zellen und machen glühe potente Stammzellen und stellen Ihnen da schon Samenzellen her, dass das natürlich ein enormes Geschäftsmodell ist. Und dann geht es natürlich um Rechte, dann geht es um Patentrechte, dann geht es um all diese Dinge. Und da sieht man, was das bedeutet, wenn ein System einen guten Markt für Venture Capital hat, und wo es wirklich viele Menschen gibt, die gleich einmal viele, viele Millionen hineinstecken und sagen, also das Geld investiere ich, weil das kann man fast nicht verlieren, da kommt am Ende doch etwas raus. Das ist für unsere Branche zurzeit sehr beeindruckend zu sehen, wie da diese Firmen wachsen und wie auch jetzt die Erwartungshaltungen daraus entstehen. Also man geht heute davon aus, dass es innerhalb des nächsten Jahrzehnts gelingen wird, bei Menschen so Samenzellen und Einzeichen herzustellen, die man dann vielleicht eben für die künstliche Befruchtung verwenden kann. Aber wenn man wieder auf das Prinzip des Ganzen zurückgeht, wäre es ja theoretisch möglich, dass ein und dieselbe Person, egal welchen Geschlecht, aus dem linken Arm generiert man ein Spermium, aus dem rechten eine Eizelle, und das ist dann ein Ältvater und Mutter zugleich. Jetzt haben Sie einen großen Sprung gemacht, aber machen wir ihn gemeinsam. Also wir müssen zuerst noch einmal sagen, es wäre jetzt folgendes, das Paar würde in der Ambulanz sitzen und die Frau hätte zum Beispiel also Eizellen, aber der Mann hat keine Samenzellen. Und dann würde man einfach bei dem Mann aus den Hautzellen Samenzellen herstellen. Mit diesen Samenzellen würde man die Eizellen der Frau befruchten und über künstliche Befruchtung würde man dann sozusagen eine Schwangerschaft auslösen und es würde ein Kind zur Welt kommen. Können wir dann in Karl Stöger fragen, wo da jetzt rechtlich der große Unterschied wäre zu den Samenzellen, die einfach so sozusagen verwendet werden, aus zu denen, die aus der Haut hergestellt worden sind, über pluripotente Stammzellen. Was aber gelungen ist, und das war der Sprung, es ist gelungen bei der Maus, dass man aus einer männlichen Maus auch aus der Haut pluripotente Stammzellen gemacht hat und Eizellen hergestellt hat. Und jetzt muss man sich fragen, wie weit ist denn diese Forschung schon vorangeschritten? Die ist schon so weit vorangeschritten, dass so eine aus einer männlichen Maus, aus der Hautzelle einer männlichen Maus hergestellte Eizelle von einer Samenzelle einer anderen Maus befruchtet worden ist und hier dann eine Schwangerschaft ausgelöst wurde, sondern es ist eine Maus zur Welt gekommen von zwei Vätern. Nicht ohne Mutter, weil man braucht ja ein Tier, das das austrägt. Bei Menschen würde man jetzt dann sagen, wir kommen dann sofort in die Diskussion der Leihmutterschaft. Aber das wäre natürlich ein ganz neuer Ansatz, weil hier von einem männlichen Organismus ausgegangen wird und eigentlich dann eine Eizelle hergestellt wird. Und dann stellen sich natürlich viele solcher Fragen, aber da kommen wir dann sowohl in die juristischen wie ethischen Fragen. Ich hätte es gerne einfach nur von dem getrennt, dass man einfach sagt, das Erstere ist einfach nur helfen, wo man sagt, und das ist das, wo auch dieses viele Geld, wo man sagt, da gibt es keine Eizelle und keine Samenzelle und wir stellen das einfach her für ein Paar, das einfach einen unerfüllten Kinderwunsch hat und das lösen wir damit. Natürlich kann man jetzt dann weiterdenken und sagen, was kann da alles kommen, aber ich glaube, da haben wir in Österreich, glaube ich, aber das kannst du, Karl, ja gut erklären, wie da die Rechtslage ist oder was da erlaubt wäre oder nicht. Jetzt brauchen wir dringend einen Juristen. Bitte, Karl. Ja, es wird kompliziert, aber wahrscheinlich nicht unlösbar. Man muss aber eins dazu sagen, wir haben ein Fortpflanzungsmedizingesetz, das ist schon in die Jahre gekommen. Es ist 2015 zwar noch einmal kräftig nachgebessert worden, weil der Verfassungsgerichtshof das verlangt hat. Wir haben sehr modern begonnen, dann ist lange Zeit nichts passiert, dadurch ist das Gesetz einfach alt geworden, auch was grundrechtliche Sichten auf die Dinge angeht. Seit 2015 haben wir jetzt wieder eine etwas neue Rechtslage, aber das ist noch nicht eingepreist natürlich. Aber das kann man ja gesetzlich durchaus anpassen und wenn man es nicht tut, kommen vielleicht bis zu einem gewissen Grad leicht zufällige Ergebnisse raus. Sehr viele dieser Methoden werden am Verbot der Leihmutterschaft scheitern, jedenfalls in Österreich. In anderen Staaten ist die Leihmutterschaft ja erlaubt. Also wenn ich zum Beispiel habe, zwei Männer, die Eltern werden wollen und eine Samen oder eine Eizelle produziert wird, brauchen sie derzeit eine Leihmutter, die kriegen sie in Österreich nicht. Woanders kriegen sie sie vielleicht schon. Wenn ich aber zum Beispiel einen Mann habe, der mit seiner Partnerin ein Kind haben will und aus der Hautzelle soll eine Samenzelle gemacht werden, wüsste ich nicht, warum das rechtlich nicht gehen soll. Das ist eine medizinisch unterstützte Vorpflanzung im Sinne der Definition unseres Vorpflanzungsmedizingesetzes. Und die Frage, die sich dann noch stellt, ist, gibt es bessere Methoden? Es gibt eine Klausel, man soll nur die am wenigsten belastenden und dergleichen verwenden. Aber wenn für ihn und das Kind gesundheitlich kein Risiko besteht, ist das Kind sogar genetisch näher an ihm dran als das von einer Drittsamenspende. Nur, das ist, glaube ich, wichtig. Solche Dinge müssten diskutiert werden. Und bei uns ist die Diskussion derzeit meistens relativ tot. 2015 war es der Verfassungsgerichtshof, der das Ganze initiiert hat. Der hat auch bei uns eine Ehe für alle und dergleichen initiiert. Das ist eigentlich nicht die Rolle, die ein Verfassungsgerichtshof in unserer Verfassung unbedingt haben müsste, vielleicht auch nicht sollte. Das sollte eigentlich das Parlament machen. Aber das Parlament muss sich nach verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen richten. Und die sagen, natürlich dürfen Menschen sich fortpflanzen. Und zwar, solange ihnen oder den geborenen Kindern oder Dritten daraus kein Schaden entsteht für Gesundheit oder Leben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird hier meistens nicht der Fall sein. Was aus dieser Hautzelle entsteht, entspricht einer menschlichen Samenzelle. Wenn das sicher ist, tue ich mir eigentlich mit der Argumentation schwer, warum der Staat sowas verbieten soll. Wir kommen vielleicht zu einem ganz anderen Problem, das jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund lauert. Auch Venture Capital, warum die USA da viel investieren. Was soll ein Gesundheitssystem hergeben? Ein Staat, der ein weitentwickeltes Gesundheitssystem mit Zugang für alle hat, wie wir das Gott sei Dank haben, bei allen Schwächen, die jetzt zutage kommen, tut sich natürlich mit solchen Entwicklungen insoweit schwer, weil er immer mitdenken muss, wir sollten das dann für möglichst viele, wenn nicht alle, bezahlen können. Ein Staat, dessen Gesundheitssystem wie in den USA immer noch massiv davon abhängt, wie viel ich in der Geldbörse habe, trotz Versuch in den letzten Jahren, tut sich natürlich leichter, dass für eine kleine Minderheit besonders progressive Therapien bereitgestellt werden und die anderen kriegen es nicht. Und da sind wir bei einem Riss, der nicht etwa zwischen Europa und Asien durchläuft, sondern quer durch die sogenannte westliche Welt. Wie viel Privatisierung im Gesundheitswesen wollen wir? Weil das entscheidet letztlich auch über die Frage, wie viel Menschen Zugang zu solchen innovativen Therapien bekommen. Und da ist in Österreich nur, das gehört jetzt nicht hierher, sowieso gerade eine intensive Diskussion im Gange, weil da vor kurzem im Zuge der letzten Gesundheitsreform ein paar gesetzliche Maßnahmen, Stichwort Bewertungsbord, gesetzt wurden, die in diese Richtung denken, aber sehr umstritten sind bei verschiedenen Akteurinnen und Akteuren. Und um die Frage, wenn wir nicht herumkommen, je mehr Fortschritt wir erzielen, egal ob über problematische oder unproblematische Stammzellenforschung, desto mehr werden wir wieder die zutiefst demokratisch und damit auch rechtlich zu regelnde Frage haben, wer soll denn aller was davon haben? Ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist, wir haben zuerst über Gentherapie gesprochen, wie wir über diesen Fall in China gesprochen haben. Und dann haben wir über Keimbang-Therapie gesprochen, also so eine, wo man sagt, der Mensch wird in seiner Gesamtheit genetisch verändert, weil der genetische Eingriff so früh gemacht wird am Embryo im Zuge der künstlichen Befruchtung, sodass dann ein Mensch auf der Welt kommt, der in allen seinen Zellen die genetische Veränderung hat, die er dann auch an nächste Generationen weitergibt. Folgenabschätzung und so weiter, ganz schwierig. Wir haben über den breiten Konsens aktuell noch, muss man ja sagen, die Wissenschaft entwickelt sich ja weiter, aber aktuell noch gesprochen, dass man sagt, das will man nicht. Und das ist im Österreicher auch verboten, diese Keimbang-Therapie. Aber es gibt ja Gentherapie somatisch. Das bedeutet, wo Menschen bestimmte Erkrankungen haben und man sagt, durch das Verändern von einem Gen in einer bestimmten Region des Körpers, in einem Organ, in einem Gewebe, könnte man hier eine Therapie entwickeln. Und die wird dann nicht vererbt an die nächsten Generationen, hat also auch von der Folgeabschätzung einen ganz anderen Faktor oder ganz andere Aspekte. Und die ist ja in Österreich erlaubt. Im Gegenteil, ich würde sogar jetzt sagen, das ist etwas, wo wir uns darauf einstellen sollten, dass das in Zukunft enorm zunehmen wird. Die zurzeit teuersten Medikamente der Welt sind solche gentherapeutischen Medikamente. Und das ist mir jetzt deshalb eingefallen, weil der Karl jetzt gerade die Geschichte erzählt hat, was soll ein Gesundheitswesen hergeben? Das sind natürlich seltene Erkrankungen, überwiegend solche genetischen Erkrankungen, die hier therapiert werden. Aber diese Therapien gibt es und die sind natürlich sehr, sehr teuer und die kann man anwenden. Im Jahr 2023 sind in der Geschichte der Menschheit das erste Mal jetzt Gentherapien zugelassen worden mit dieser neuen Genschere, und zwar somatische Gentherapie mit CRISPR-Cas9 für Bluterkrankungen. Es kommt sozusagen der Kreislauf auch wieder zu den Stammzellen, weil bei diesen Gentherapien macht man es nämlich so, dass man den Menschen Stammzellen entnimmt, Blutstammzellen, die werden dann im Labor genetisch verändert und diesen Patienten zurückgegeben. Also man sieht jetzt, dass wenn man über die Anwendung von Stammzellen spricht, man auch diese ganz modernen oder viele, nicht alle, es gibt auch In-Vivo und Ex-Vivo, aber In-Vivo, aber das wäre ein Ex-Vivo, wo man also die Zellen rausnimmt, genetisch verändert und zurückgibt und dort kommt die Stammzellforschung wieder ins Spiel, weil man dort sagt, umso mehr wir natürlich über diese Stammzellen wissen, umso besser wir die isolieren können, umso besser wir die charakterisieren können, zurückgeben können, umso besser funktionieren auch diese gentherapeutischen Ansätze. Und das sehe ich, wenn man mich fragt und man sagt, wo ist da in Zukunft, was wird kommen und auch das darf man ja auch und das will man ja auch und das sehe ich auch aus ethischen Gründen etwas sehr begrüßenswertes, dann sehe ich in so Gentherapien, wir haben tausende Erkrankungen, die wir Monogen nennen, wo Veränderungen in einem Gen, in einem Gen, der 22.000 Gene des Menschen verantwortlich für die Entstehung dieser Erkrankungen sind und bei vielen von denen kann man sich solche gentherapeutischen, somatischen gentherapeutischen Therapien vorstellen. Also ich sehe, dass in den nächsten Jahrzehnten und wenn man einfach nur nachschaut, was gerade geforscht hat, und wo es gerade jetzt Ansätze gibt, dann sieht man ja, dass das in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, dass viele dieser Therapien angeboten werden und entwickelt werden. Und was wir anhand des Beispiels von dem, wo wir gesagt haben, wir machen aus pluripotenten oder man macht aus pluripotenten Stammzellen, die aus der Haut gewonnen worden sind, dann sammeln zu einer Eizellen. Das ist eben so wichtig, was der Karl Stöger gerade gesagt hat. Das gibt es bei Menschen noch nicht. Das funktioniert jetzt bei der Maus, aber natürlich können die Experten und Experten festmachen, dass wenn etwas bei einem Säugerte wie der Maus funktioniert und so gut funktioniert, dass das so lange nicht mehr dauert, bis das beim Menschen vor der Tür steht. Und daher ist es jetzt gut, wenn man jetzt die ethische Diskussion führt. Also nicht erst dann, wenn man sagt, so hoppala, jetzt ist das da, damit haben wir ja gar nicht gerechnet und so weiter, sondern jetzt muss man transparent machen, Leute, das gibt es bei der Maus. Daher ist es anzunehmen, dass der Zeitraum nicht mehr so lange dauert und jetzt müssen wir es diskutieren. Wie will sich Österreich da positionieren? Wollen wir das in dem Fall dann oder wollen wir es nicht? Wie wir es anwenden, unter welchen Umständen, welche gesetzlichen Auflagen und so weiter? Das ist der Idealfall. Der Idealfall ist, dass man etwas kommen sieht, antizipiert und die ethische Diskussion schon dort, wie ich gesagt habe, in dem Kreislauf aufrechterhält und schon dort führt. Schlussrunde über Erwartungen an die ferne Zukunft. Sie beide, meine Herren, sind in den besten Jahren. Sie haben noch viele Jahrzehnte Lebenszeit vor sich. Ich werde Sie jetzt dazu verleiten, zu Propheten zu werden. Womit rechnen Sie denn, was Sie am Ende Ihres Lebens und auch damit Ihres Forscherlebens in diesem Bereich der Stammzellforschung vorfinden werden? Was glauben Sie denn? Glauben ist bei Wissenschaft dann immer so eine eikle Sache. Womit rechnen Sie denn, welche Situation wird da herrschen, Karl Stöger? Ich antworte jetzt trotzdem juristisch. Ich glaube, dass der medizinische Fortschritt in dem Bereich irgendwann dazu führen wird, dass wir ganz offen eben über die Frage, wie viel soll für alle da sein, sprechen werden müssen. Das heißt, es wird eine Diskussion darüber geben, wer den Zugang zu welchen Therapien bekommt. Und ich hoffe, dass wir diese Diskussion möglichst vernünftig und sinnvoll führen können und dass möglichst viele Menschen von diesen Fortschritten profitieren. Aber es sind im Gesundheitswesen begrenzte Mittel und ich glaube, das wird ein Thema sein, das am Ende meines Forscherlebens noch präsenter sein wird als jetzt. Also die Frage der Verteilungsgerechtigkeit? Die Frage der Verteilungsgerechtigkeit wird uns, glaube ich, lange begleiten, je mehr geht. Markus Hengstschläger? Also in der Grundlagenforschung glaube ich, dass diese Zeit, die jetzt begonnen hat, Organoide und Embryoide zur Grundlagenforschung verwenden zu können, ganz neue Einblicke ermöglichen wird. Und die nächsten Jahre werden schwer auch davon beeinflusst sein, was lernen wir da? Auch im Zusammenhang mit der Frage, was alles, was wir da gelernt haben, können wir dann auch dazu verwenden, neue Therapien den Patientinnen und Patienten anzubieten. Wir verstehen Erkrankungen dann dadurch viel, viel besser. Wir können sie viel besser darstellen im Labor. Und das wird immer automatisch auch zu dieser Frage, ich arbeite an einer medizinischen, an der medizinischen Universität in Wien, wird immer klar zu dieser Frage führen, und was kann man davon jetzt für die Entwicklung neuer Therapien verwenden? Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Mischung aus Stammzellforschung und Gentherapie ist etwas, wo ich glaube, da herrscht ein enormes Potenzial und das sehe ich auch in den nächsten Jahren. Also ich bin mir ganz sicher, dass es für viele Erkrankungen, wo wir an unserem Institut, das ich leiten darf, heute genetische Diagnostik betreiben, die Patienten betreuen und so weiter und noch sagen müssen, eine kausale Therapie eigentlich für diese Erkrankung gibt es jetzt leider noch nicht. Das ist für viele, nicht für alle, aber für so manche, gerade auch aus dem Spektrum der Gentherapien gute Lösungen geben wird in den nächsten Jahren. Das sehe ich. Und wenn man sich jetzt so anschaut, was da jetzt in der ganz kurzen, letzten Zeit passiert ist, wenn das nur so weitergeht und in der Regel kriegt es ja dann auch noch eine unglaubliche Dynamik, wenn sowas erst einmal ins Laufen kommt, dann kann man sich da große Hoffnungen machen. Und dann würde ich noch einen Aspekt schon auch noch gerne erwähnen. Das ist, dass immer dann, wenn eine Konvergenz von besonderen Technologien eintritt, erwartet man, dass nicht die beiden sich sozusagen eins plus eins ist zwei, sondern dann auch noch beflügeln. Und da gibt es eine Konvergenz, die in unserem Fach von großer Bedeutung ist. Das ist die gesamte Life Science, Stammzell, Genetik, Molekularbiologie mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist etwas, ich mache jetzt einmal auf der einen Seite etwas klar, oder da ist es ja ganz einfach, wenn man heute sagt, der Mensch hat 3,3 in etwa, 3,3 mal 10 hoch 9 basenbare DNA. Das erste Mal wurde das Humane genommen im Jahr 2001. Damals war Bill Clinton, amerikanischer Präsident, durchanalysiert. Das hat noch unglaublich viel Geld, Milliarden gekostet und über ein Jahrzehnt gedauert. Heute macht man das, da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze und mit verschiedener Genauigkeit, das Spektrum, das man da analysiert, aber heute kann man Genome analysieren, Exome analysieren. Das tun wir routinemäßig am Institut. Das heißt, wir haben Unmengen von Daten. Auch in der Forschung generieren wir aktuell Unmengen von Daten, wenn wir dann nicht nur die DNA analysieren, sondern die RNA analysieren, die Expression der Gene anschauen, die Aktivität und Expression von Proteinen anschauen, das Metabolom anschauen und all diese Daten und diese Daten überfordern ja die Forschung so, dass man sagt, man kann ja nicht dann ein Blatt Papier rausholen und einmal alle zusammenzuhören und einen Strich drunter machen. Das heißt, hier wird künstliche Intelligenz, diese Konvergenz mit dieser Technologie eine enorme Beflügelung des Verständnisses der Biologie des Menschen ermöglichen und so wie es immer mein ganzes Leben lang das Ziel ist, wird es auch hier das Ziel sein zu sagen, umso mehr ich darüber verstehe, umso mehr will ich auch darüber verstehen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll in Richtung Krankheit und umso mehr will man dann auch daraus Schlüsse ziehen für neue Therapien. Da habe ich ganz, ganz große Hoffnung, dass diese Konvergenz zwischen, ich sage jetzt mal, Life Science und künstlicher Intelligenz ganz Enormes erreichen wird. Sie hörten Kontroversen der Wissenschaft vom 11. Juli 2024 im Wiener Ringturm zum Thema Stammzellforschung Was kann man? Was darf man? Eine Debatte zwischen Markus Hengstschläger und Karl Stöger. Moderation der Diskussion und Gestaltung der Sendung Martin Heidinger.